Das beste Himbeer-Tiramisu der Welt. Ja, wir schneiden es jetzt mal an und dann seht ihr, was alles enthalten ist. So, schaut euch das leckere Tiramisu an. Himbeer-Tiramisu, erst eine Schicht mit Löffelbiskuit, dann eine Quark-Mascarpone-Schicht, darüber Himbeer, Mousse und dann dasselbe nochmal und zum Schluss die weißen Schokostreusel. Das Rezept gibt es auf meinem Kanal, schaut einfach mal vorbei, wenn ihr es nachmachen wollt.